Wegen Botschaft, Fans in um Eisleine Horgan Wollis Was ist bei Eisleine Horgan Wollis, 44, los? Im Netz begeistert das Model mit ihrem Content fast 600. 000 Fans Bei Onlyfans verdient sie mittlerweile sogar richtig Geld. Und auch im britischen Reale DTV konnte sie sich einen Namen machen. Sie nahm unter anderem 2006 an der siebten Staffel der UK-Version von Big Brother teil. Doch trotz ihrer laufenden Karriere schien etwas nicht zu stimmen, Eisleine beunruhigte mit einer kryptischen Botschaft. In ihrer Instagram-Story postete Eisleine eine Zeile, die ihre Fans offenbar in Unruhe versetzte. Manchmal merkt man gar nicht, dass man versinkt, wenn man versucht, andere zu retten. Lautete das Zitat in dem Post. Die 44-Jährige ließ das unkommentiert stehen und ihre Community schien durch diesen nachdenklichen Satz beunruhigt. Wenig später meldete Eisleine sich mit einem Statement, ihr seid so einfühlsam. Ich liebe es, eure Nachrichten zu lesen, tut mir leid, dass meine Storys deprimierend waren. Ich poste das wahre Leben, weil es mir und anderem hilft. Anführungszeichen. Mittlerweile scheint es Eisleine aber wieder deutlich besser zu gehen. Am 28. Dezember feierte sie nämlich ihren Geburtstag. Jetzt finden sich in ihren Storys vor allem gut gelaunte Aufnahmen. Die zeigen, wie ausgelassen sie ihren Ehrentag feierte. Danke an alle, die mir auf dieser Reise geholfen haben. Empathie ist unbezahlbar. Ihr bringt mich durch meine dunklen Zeiten und hebt mich hoch, freut sie sich.